abzuziehen das muss man festhalten nekturner ist der ukrainer valeri gontscharow in der ukrainischen mannschaft nach wie vor der cheftrainer igor korobczynski boden weltmeister von stuttgart aber nicht 2007 sondern 1998 oder 99 war es lang ist hier jedenfalls sehr elegant und geschah noch mal ein paar einzelheiten haben wir übrigens im hintergrund nimmer wird schlanker das ist halt mal so aber der übungsaufbau war sehr sehr gut von ihm ausgangswerte übung arbeit 6,6 punkte die vorbereitung auf den abgang die haben mit auf stürzkehre und dann gibt es tempo für navas wohl für den doppel salto gewünscht aber den muss man dann natürlich in den stand genau bringen noch 88 tage bis zum achten august 2008 um 8 8 dann geht es los mit den olympischen spielern in peking oder sport ist natürlich tag und nacht live dabei